Nur eins! Kommt auf die Strecke! Adela Heidrich! Am Ziel ist ein Partner von zwei! Miko Gerson! Ich bin Adrian Heidrich. Wir orientieren uns. Mein Name ist Miko Gerson. Ich bin ein Jahr von zwei Jahren. Ich bin der Blog zum Deutschvolleyballteam Heidrich Gerson. Über den Geif und Spülen verhältlich Gerson. Unsere grössten Erfolgen sind der dritte Platz am Drei-Stern-Panier in Luzern, der neunten Platz im Stas und der neunten Platz der EM 2019. Kurzfristig werden wir in Wärm 2019. Landtösten Rennen für das Olympische Spiel 2020. Der Abi ist ein sehr zielstrebiger und emotionaler Spieler. Er ist ein sehr glückliches Erfolgen. Einfach weit zurück.